der würde so oft die Wurmerung ich habe ich bin aber noch nicht besser als vorher ich dachte man hätte jetzt allerdingsens nach Affinität macht Fokus Vitalität das ist das denn die Gegner in den Städten der erste Warum ist das denn auf Stufe 2 noch? So. Kurz Lichtschwert gucken. Wir können uns ja mal umziehen, sage ich mal. Anderes Kostüm anziehen, um durch den Jedi-Tempel zu schreiten. Wir könnten im Prinzip als C3PO hier durchlaufen, aber... Ah, wie es aussieht, haben wir alle Kristalle. Automatisch. Was passt zum Jedi-Tempel? Grün. Nehmen wir mal den instabilen grünen Kristall. Den habe ich auf dem Todesstern gefunden. Ja. Genau. Nehmen wir den mal. Was ist mit Energiekristallen? Haben wir da auch alle? Ja. Scheint so. Lichtschwertangriffe können Gegner Gesundheit erziehen. Lichtschwertangriffe können mehr elektrischen Schaden bewirken. Oder eine Schöpfung. Blitzangriffe bewirken gesteigerten Schaden. Gesteigerte Fähigkeit. Energie, Lichtschwert, bewirken, Schaden. Keine Boni. Ich glaube, wir nehmen mal das hier. Blitzangriffe bewirken gesteigerten Schaden. Das ist ganz gut. So, und jetzt mal nach Kostüm gucken. Auch wenn das unlogisch ist, wenn wir gleich irgendwie als Endgiskei-Rocke hier durchlaufen oder so, könnte man theoretisch. Warum nicht? was eigentlich mit den extrakostümen sind jetzt auch alle automatisch sprechgeschaltet ja auch tatsache kentos robe jedi abenteuer robe sys robe zeremonielle doch heute die ausgesprungen zeremonielle jero sys schleichpanzer so sagen wir gerade am ende aus tempel erkundungsausrüstung ok ist ihr was ich glaube wir latschen mit der jedi abenteuer robe dadurch sieht glaube ich ganz cool aus dann sind wir noch wir selbst und nicht irgendwie ein anderer jedi obwohl ich auch gerne als kid fisto dadurch gelaufen dieses komische grüne ding mit dem tentakel hahn aber jetzt kommt wahrscheinlich wieder die cutscene oder auch nicht mal schauen ich wollte ein grüßlichtschwert haben kein blaues oder kann man das gar nicht wechseln instabiler grüner genau den will ich der pulsiert so schön glaube ich jedenfalls nee das ist ja der so brennt so sieht jedenfalls aus okay die sind ja gar nicht so schwach hier wie sieht es denn mit blitzen aus wo schießen die denn achte oben holi schiff ich würde so einfach wie ich dachte ich würde so einfach wie ich dachte okay sie aber die ausweichen können sie machte als sie hätte ja auch mal der die keine ahnung wie ich den gemacht habe 4 Prozent das ist ein bisschen die Gelb oder Leben noch in der Lichtschwerter oder Steinschwerter besitzt Prozent alles zwar cooles Schloss ich habe das Gefühl dass unser Rückschluss noch nicht auf auf der vollen Stufe ist weil irgendwie können wir den gar nicht aufladen wir haben kurz noch mal zu versuchen ne irgendwie ist der Prozent und schluss nicht richtig hier links macht Kräfte Rückschluss für 3 das der und müssen ja so der der so irgend ein Fehler das Leben wie die Tempel hier sieht es ziemlich abgefuckt aus wir haben auch jede Menge scheiß Sturm drumherum und das war die Musik sie warst hier holocon Machtkraftsphäre, cool eine Not und wir können Dings Damit geht es immer noch am schnellsten. Au. Oah. So geht das aber nicht. Okay. Überall Holokrone. Aber gute Holokrone. Nützliche Holokrone. Wie viele gibt es denn hier? Zehn Stück. Hm. Nicht schlecht. Äh. So. So. Au. Das gibt es doch wohl nicht. Wie viele denn noch? Hallo. Unendlich geht die hier oder was? Ja. Der war gut. Hier. So. Nummer 1 erledigt. Au. Au. Oh. Scheiß auf die. Sind viel zu viele. Den kann man gar nicht beikommen. So. Es gibt jetzt zwei Wege. Aber einer. Genau. Können glaube ich nur durch einen durch. nicht. Oh. Können doch beide nehmen. Hallo. Geziell mich den Fass. Na. 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 Vielen Dank.